eigentlich aber mit feinem kontakt rechnen also ab hier ja sprich die häuserei ist optimal für mich wenn ich da nicht reinsetzen kann kann ich den wald abdecken ich denke sollten wenn ihr da drin sitzen können die gegner wesentlich aufhalten also ist echt ekelhaft wenn sie das setzen das wird unsere aufgabe sein aber heute machen jetzt alle automatik waffen bloß im manic nicht oder richtig ich brauche keine ich brauche nur die spritzer ja das ist doch noch eine große für die gegner kannst du auch schon mal ein truck reinspringen wenn du möchtest msp auf dem bürg ne in den lkw ich denke dann spring hinter der kirche raus ja Jetzt aufzuziehen in Position Jetzt aufzuziehen ich habe schon motorgeräusche hier schusswald jetzt erwischt wir laufen übers feld zehn Meter vor mir, Panzer kommt jetzt zu euch hier 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 Ich nebel den Panzer rein Ich seh doch fein, sie sind von Tristen im Wald Unter auch aufgefallen Sind die Naros? Ja, westlich Ja, im ersten Haus, westlich Ah So, 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 vorsicht Wir kriegen am Ende zu, so, so, so Sorry, konnte ich dich nicht holen Ja, da geht raus Das ist Wurzel, 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 mal drin Panzer, 50 Meter mal in die Blickrichtung, Hetzer MG Wiederholt, ist ganz ziemlich laut hier Panzer, vier in meine Blickrichtung, 50 Meter, zurzeit stationär Ja, der ist 100 mal markiert Okay Ah, den ersten Räumen aufgehalten Das ist gut Im Wald sich keine Bewegung mehr Bestätigt Also die Häuserreihe hier ist von außen her hin Eingesehen vom 2-2-2 Ja, ja, das haut da richtig rein Such da erstmal die Position zu halten Kann einer von euch einen Blick rüberwerfen, wie es in der Factory aussieht? Ja, ich sehe die Factory Ich kann da keine Infanteristen sehen, die rauskommen Also, es sieht ruhig aus Bestätigt Vorsicht, hier ist der MG-Bischof Ich höre weit im Süd-Ost-Schüssel Ich höre weit im Süd-Ost-Schüssel Auf der Straße liegt ein MG Ja, es ist so, so kann ich da reinschießen oben? Nee, nee, ist der Spätwagen Ah, der steht da auch Factory, ich schwöre noch sauber So, zu, so fährt er jetzt südwestlich von unserer Position entlang Ich höre weit im Süd-Ost-Schüssel Ich höre weit im Süd-Ost-Schüssel Achtung, die pushen hier rein Dann Kommt direkt mit Westen, oder? Was sonst würde ich es hier sehen? Vom Innenhof Von der Innenseite, ich habe markiert Rade, du solltest die vielleicht sehen Geht sie nur nach links Ich sehe sie, die sind direkt vor mir im Haus gerade erst schon hinter dir im haus drin zwischen zwischen uns im haus ich habe ihn ich habe ihn da liegt aber in einem moment das verbundet kannst du hier wohl auch schalten ist aber noch da aber zieht sich zurück weit weit und kein frei wie es aussieht wir werden uns jetzt weiter in den süden rhein und auf dem weg markas gesetzt auf geht's ja weiter geht's äh, Radio-Mand-Battier und wir haben Fahrtsnetzer kein Problem Tag, ich hab's erwischt gleich da ist auch eine Mühe, wir müssen gleich zurückriechen alles gut wir gehen weiter in den großen Wald rein wir haben Kontakt vor uns Funker down ja, mich hat's auch erwischt hier hauen die Granaten raus scheiße ja, wir hätten uns hier ziemlich weg machen lassen gerade das sind lauter, gottverdammte, äh, Granatsbellen aus dem Wald ein ziemlich hoch Nubi hat's auch erwischt, wir müssen respawn ich hab aber keine Verbandspäckchen mehr wie, du hast keine Verbandspäckchen mehr? naja, ich bin noch im Päcken ich brauch die anderen okay, wir gehen wieder in die Bisserei los, naja, ich bin noch im Päcken ich bin noch im Päcken Sie sind irgendwie da am Waldrand. Ja, weiter laufen. Die Kirche hat ein Stuttgart willkommen. Ja, bestätigt. Gehen wir bis zum vordersten Haus. Ralle, wir werden hier mal einen Recrups setzen, sobald du da bist. Jo, schon. Da kriegst du euch wieder an die Position, dass du die Factory auf dem Auge halten kannst. Oben an der Straße ist. Oh, an der Straße ist los. Kommen Sie rüber. Ja. Sehr gut. Wir versuchen uns wieder in den Wald vorzukämpfen. Ich würde mal lieber auf meinem Dächchen hier bleiben. Mit der Brand bin ich im Wald scheiße. Okay, Nordwesten über die Straße, Achtung. Weit aus Westen bekommen wir irgendwie einen Panzerbeschuss oder sowas rein. Das ist ja so. südwestlicher panzer hat die straße runter 1 2 2 2 3 So kommt die, ja? Ja, steht dicht. Ja, es ist nur noch eine Position, wenn du bist. Weg hier, weg hier, weg in die Gebäude! Lobt nicht so rum, verdammte Scheiße! Drei, vier Leute auf einer Position! Mann! Entschuldigung. Mann! Was sagt der Command Schicht? Also ich sehe hier keine Hauptangestellung zur Zeit. Im Deutschen, bei mir? Eben nur. Bisher, dort höre ich auch nicht. Wir haben den Panzer immer noch südwestlich 200 Meter entfernt. Südwesten 200 Meter. Auf der Straße, ja. Endlicher Kommandant ist ausgestiegen. Bis hinterm Panzer. Bis hinterm Panzer. Auszuschalten. Ja, bestanden. Fand ich jetzt 2 zu 2 im Norden gemeldet. Fährt nach Norden. Gnisterie, Situation Facken. Mucksmäuschen still, gar nichts. Facktory ist halt. Position Facktory ist halt. Facktory ist halt. Bei mir ist einer. Gar nichts, gar nichts los. Alles Obo. Ja, ich kriege aber Schusshörn da aus rein. Moment, ich sehe welche, ich sehe welche, selbst von uns. Anubi, kommst du? Ich bin tot. Sie kommen aus der Factory, zahlreich. Einen habe ich erwischt und noch mehr. Ich werde noch 2. Meine Blickrichtung, da kommen sie her. Unsere Aufgabe wird es sein, die Factory unter den Schuss zu setzen. Du kannst nicht rüber. Die sind auf der anderen Seite schon, aber das so und so hält sich nie. Hier. Gestetigt. Es hat nur einer geschafft, glaube ich. Wir halten erstmal. Noch einer. Meine Blickrichtung. Ich weiß nicht. Sehr gut. Wir haben den Granat noch rüber verflogen. Oh, scheiße. Ich sehe auch die R Technobrache. Ich sehe doch nur einen Grer-Aus mounten. peopleelen jetzt. Ich steigt hier zum declarieren. Ich sehe nur einen Schl Ku lampsen, aber das wird von mir dann raus bestucht. Ich sehe jetzt. ņemuten Ähm, Adrille und Ralle, schaut bitte in Richtung, äh, Kirk, äh, Kirche, dass die da nicht überrannt werden. Auf, komm. Danke dir. Jetzt, da muss noch irgendwo einer in der Gegend sein. Andernseite. Ja, komm, der ist der Giler. Er hat sie. Nee, da ist noch einer. Ich muss noch eine Granade zu machen. Ich mach dir mit einer Smokegranate, dann in meine Richtung, bitte. Sonst, ich kann den neuen Markenschub von der Factory, also es scheint gut zu sein. Achtung, du wirst hier alles entdeckt. Ja, ich hab's gemerkt. Jetzt tut er so fährt, Richtung Factory, aua, aua, aua. Jetzt treibt mich von der Prunzer. Dein Panzer sind auf dem Weg, um uns zu unterstützen. Ralle ist komm. Jo, ich warte. Die versuchen schon, die hier zu überqueren, die haben sich auch ein Radio auf der anderen Seite. Richtung, ähm, 250 Grad, das ist Südwesten, Westen, haben, ja, kommen sie. Scheiße, da kommt sie richtig. Bei mir sind sie ja schon im Westen. Wir müssen nur halten, wie lange sie möglich sind. Das ist, dass der Zug gibt in Deckung. Oh. Stuttgart. Aber die kommt noch raus. Ja, wir gehen auf die Kirche. Da steht noch irgendwas auf der Straße. Nordröstlich. Ich wurde zerrissen. Die Panze machen uns rass. Ja, machen sie. Gebt denen so, ich ohne Panze, also wenn die Panze und so weiter. Ja, ich mache ich die ganze Zeit schon, alles gut. Grüß euch. Okay, alles. Ich weiß. Äh, unser Cromwell ist jetzt auf der anderen Seite von Factory. Aber ich weiß nicht, wenn die einen Panzer IV haben. Dann haben wir auch schon. Hm, mal gucken. Ungefähr, da wo Eisenschwein rumliegt, haben sie versucht, auf der anderen Seite herüber zu kommen. Also vielleicht ist er noch mehr. Wir müssen dann schauen, der Nordweg ist halt komplett frei nach Kuck. So lange sie aber noch nicht da rum ist, okay. Die sind direkt bei mir, direkt bei mir, 5 Meter. Beine Gebäude. Das war eine große Grenade. Pass auf, Hetzer, die sind östlich von uns schon, nordöstlich. Direkt, genau deine Blickrichtung, da kommst du rüber. Die sind schon fast am Rallye-Point. Der Rallye ist jetzt heiß, Funker, kannst du mal reinschauen. Wir werden in der Rallye-Point wahrscheinlich aufgeben müssen. Außer die zwei... Ne, doch nicht. Ich hoffe. Sehr gute Arbeit. Jetzt treib mal die wieder aus und raus. Nächstes Gebot, ist noch einer drin. Das ist, glaube ich, auch noch rübergekommen. Danke. 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 der große wald scheint noch immer leer ja wir haben hier gerade drin wir halten mal hier weiter die ich gehe mal davon aus dass immer noch mehr das auch einem g2 40 ist für mich genau versuch nicht in die factory reinzukommen beschränkt euch wieder zurück auf die häuser rein das bringt nichts das ist ein komplett auf das feld ja spaß das bringt nichts ok breit machen neue auktion es wird fünf wird unsere position über den wir versuchen zur factory zu pushen und den riko schräglich msp da auszuschalten auf geht's versuche ich mit der brent deckung zu geben wenn ich sehen kann sehr gut zwei zwei schießt man von base seite aus sie sind runter hier durch und durch wir waren gerade infanteristen auf dem dach defekt direkt am eingang westen ein bisschen bewegen alles gut wenn ihr noch smogs habt raus damit links die seite sehen ich habe gerade kein sichtkontakt alles gut dann bleib ruhig da der weg war gut aber ein bisschen smogartiger toll tatsächlich am eingang einzelne infanteristen wir halten halten die position wir bekommen gleich smogartige wir haben jetzt feinkontakt von nordosten gemeldet ja da kommt ein pfanzer kommt eingefahren meine bingrichtung 100 meter hat mich schon gesehen der hinter infanterie unser täler ist dran wie es aussieht ok wir rekennen ok wir rekennen panzerdome kannst du das markierte mg da oben sehen ich sehe es ja ich sehe es einen moment ausgestattet oben am gebäude am fenster noch mehr noch mehr noch mehr zum rechten gebäude ich glaube wir könnten rüber oder jetzt rennt dahin der blieb holen das 2z2 steht doch noch an der flanke ok die alte geht uns das sind noch die infanteristen wo es mg war das msp das fährt direkt in meinem lichtrichtung 150 meter da drin fährt er hat ungefähr bei d6 39 in der gegnose msp sein durchgefahren Körschen Körschen ich hab's richtig zerlegt mich auch auf dem panzer marka steht ja da hatte ich nicht gesagt ach so weil der marka ist schon so alt ich dachte es wäre ich bekam es alles unsere leute richtigen forest wurden gerade ausgestattet richtung süden ich werde mal versuchen über zu setzen ganz frech da wurde auch ließes feind wir hatten gerade schon südöstlich feind südöstlich feind ja ja da habe ich noch auch keiner hatte gesehen das ist wozu groß auch der südwestlich 300 meter ja hab ich gemeldet ja 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 der willst du mal wissen bleibt erstmal da oben Jungs in den Wald rein zu gehen bringt nix ich seh bald Infanterie Bernd fahrt der Rest direkt im Wald von wo habe ich markiert Richtung 120 da kommt noch in den Wald wir haben beide Panzer im Hintergrund Richtung Factory Panzer 4 anscheinend und das 232 was der Factory konnte unzahlmäßig abartig raus da wo es tot so zugestanden ist sagt es dem Scoutskader ganz viele rüber übers offene Fälle die Position von der Toten der Tür ausgeht jetzt schon auf unserer Strafe Seite pass auf Hetzer das ist ungefähr F617 da müssten sie sein schätze ich praktisch da wo die hast du in den B gemacht wir müssen sie abfangen jetzt wird sie zurückfährt den Nordos direkt 4 mili Das ist 2 zu 2, deck mal noch den Weg. Der Rallye ist heiß, bitte zurück zum Rallye, der ist heiß. Zurück zum Rallye. Ah, der ist in einem Haus, um Rallye. Erst durch, der wird es. Alle zu mir. Ich bin hinter dir. Sehr gut. Wir sind in einem Haus, wo vorher Rallye drin war. Ja. Den hab ich gerade gekillt. Unser Cromwell sollte sie jetzt kriegen. Ja. Oh, das Ding ist rum. Komm wieder über die Straße auf den Wald. Ja. 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 Aber noch 5 Minuten, das schaffen die nicht mehr. Ja. Ja. Gar keinen vollen. Ja, aber das verteilt euch nochmal. Ich hoffe, was ihr finden könnt. Ja. Direkt hier am Klassenrecht in die Blickrichtung. Ja, gerne. Ja. 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 Die Smoker. Ja. 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 Okay, jetzt bin ich tot. Du bist komplett tot. Die waren böse die Granate. Ja. Nordwestlich vor dem Rallye. An der Straße. steh dicht oh, ich hab ein M-Gel grasiert oh ja jetzt dicht dran okay 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 Ja, die KG, würde ich sagen. Ja, okay, kurz den Schmerz sofort. Ich hab nicht voll die Stände gekriegt, denn ich bin leider... Ja, war nichts offens. Ja, außer die Fahrzeuge irgendwie. War nur diesen Arten zum Schmerz. Ja,わ auch den Schmerz. Da kann ich nicht sehen, wie es für mich zu erinnern. Ich bin leider zu meinem Schmerz. Mach das Wälder auf. Höchst dich? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir werden wieder rausgehen. Wir werden wieder rausgehen. GG. 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 GG.